Wie wird die Zukunft aussehen? 2030 prägen neue Branchen die Wirtschaft. Industrien sind hochgradig Software getrieben. Automatisiert, selbst bei Losgröße 1. Intelligent vernetzt in einer mobilen Welt. Energie- und Ressourceneffizienz, längst Standard. Dank innovativer Konzepte aus der Umwelt- und Energietechnik. Der Mensch ist weiterhin als Impulsgeber hochgefragt. Denn die Ideen kommen von den Menschen. Sie entwickeln, steuern, leisten ihren aktiven Anteil. Auch für eine Gesellschaft im demografischen Wandel. Die Zukunft wartet nicht. Inspiring Progress Indus